Musik Wahnsinn 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 Oh Vom Boden aus Alter An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass die Audioqualität nicht so ganz perfekt ist, da ich leider die Mikrofon-Audiotonspur gelöscht habe, ja, so dumm bin ich leider Ich hoffe, es macht euch nichts aus, denn hier wisst ihr Genau, Freunde, mit diesem Mikrofon immer aufgenommen. Irgendwie ist es mir da leider kaputt gegangen. Deswegen verzeiht es mir und schaut mal in die Kommentare, ob es wirklich so ganz, ganz schlimm war oder ob ihr es ertragen konntet. Also meine Stimme. Falls ihr aber die Audioqualität nicht ertragen könnt, dann empfehle ich euch einfach, die Lautstärke ganz runterzustellen, sodass kein Ton mehr vorhanden ist und das Video in vollem Zügen zu genießen. Und natürlich zu Ende schauen. Danke. Okay. Leute, habt ihr Bock auf ein kurzes, knackiges und beschissenes Video? Dann seid ihr hier vollkommen falsch. Denn hier gibt es nur die geilsten Videos auf ganz YouTube. Auf jeden Fall gönnt mir mal ein paar Abos. Gönnt mir ein paar Abos und ich würde sagen, wir starten das Video, wenn ihr bereit seid. Ja, seid ihr bereit? Ja, hallo, seid ihr bereit? Achso, ihr wartet schon lange, okay. Film ab. Das Witzigste an dem Video ist, Alter, das Video heißt People are Rare Suns. Und der Kanal heißt auch so. Also die machen so Top Clips der Woche und Monat und so weiter. Und ich fand das so geiles Video, Alter. Ich feier es. Ich feier es zu Tode, Freunde. Gönnt euch einfach. Was die Menschen da drauf haben, das ist nicht mehr normal. Schaffst du vielleicht beim, beim, keine Ahnung, beim zweiten Versuch? Ich bin ja jetzt ohne Spaß, Freunde. Also das ist wirklich krank, was die hier machen. Ich muss zugeben, ich habe jetzt vielleicht erst zwei Teile Clips gesehen von dem Video. Ich habe gedacht, ich reagiere mit euch zusammen da drauf. Aber ich fand die Clips schon krass. Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Ja, er surft auf einem kleinen See. Alter, das geht doch gar nicht. Los war das sogar. Boah. Kranker Typ, ey. Der fliegt durch die Gegend, ey. Wie, der meint, das ist so ein Stück Blatt oder eine Feder oder irgendwas. So weißt, wisst ihr, Freunde, was halt runterfliegt. Rumpfliegt. Krank, ey. Krank. Krank, was die Leute hier abziehen. Der mit Gummibänder, boah da brauchst du auch Power-Wing noch was, wobei es eigentlich mit Gummibänder leichter ist, boah vom Boden aus, das ganze Keimer zählen, aber was für die Jungs unter euch. Also man kann sagen, was man will, aber die Clips sind einfach geil. Die sind einfach geil, boah, krass, krass, was, 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 was kann die alles hat. Oh, eine Frau, die mit Bällen umgehen kann, das gefällt mir. Der Hund, ey, so süß, ey. Boah, das ist so, a rare song, a rare song, a rare song, a rare song. People are a rare song. Boah, der Krieger rum wie, wie ein Kung-Fu-Kämpfer. So Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert mich, addt mich auf Snapchat und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten beschissenen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal.